. Die sofort ausgeruckten Einsatzkräfte von Schutz und Intervention konnten den Brand zwar rasch unter Kontrolle bringen, es ist jedoch schwierig an den Brand hinzukommen und die Löscharbeiten sind immer noch in Gang. Die Brandursache ist noch unklar, das wird durch den Brandermittler der Kantonspolizei Zürich ermittelt. Die Sachschadenhöhe kann man noch nicht beziffern. Die Schadenhöhe